Was geht ab liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. UFC Leichtgewichtschampion Isla Makhachev hat die Tür zu einem potenziellen Kampf mit dem ehemaligen Titelträger Conor McGregor geöffnet, obwohl er diese Idee zuvor abgelehnt hatte und meinte, ey ich gönne McGregor diesem Kampf nicht mehr, ich gönne nicht mehr das Spotlight, ich gönne nicht mehr die Möglichkeit überhaupt um den Titel zu kämpfen. Nun scheint es aber so, als ob der Leichtgewichtschampion wirklich bereit wäre ins nächsthöhere Gewicht aufzusteigen um bei 170 Pfund um das Gold zu kämpfen und wenn die Promotion ihm einen Kampf gibt, bevor er um den Titel kämpft, könnte das eine große Chance sein um gegen Conor McGregor zu kämpfen. Was er genau gesagt hat erfahrt ihr jetzt, lasst ein Like und ein Abo da und einen Shop bei ESN vorbei mit dem Code NoTime könnt ihr mich supporten, danke für den krassen Support. Ich bin wirklich glücklich, sagt er, weil ich für etwas Neues kämpfe, das sagte letztendlich Isla Makhachev und die Verteidigung wird gegen den Pound-for-Pound Nummer 1 Fighter stattfinden, das ist wirklich was anderes, sagt er hier ganz klar und deutlich. Es geht nicht darum, den Gürtel zu verteidigen, ich will der Beste im Pound-for-Pound sein, also ich will gewichtsübergreifend der Beste Fighter auf dem ganzen UFC-Roaster sein, also ist das letztendlich auch der beste Weg. Für mich geht es nicht darum, den Gürtel zu verteidigen, das ist mein neues Ziel, die Nummer 1 zu werden, das ist wirklich das, was mich antreibt, was mich anspornt. Das gefällt mir, das habe ich aber schon oft gesagt, dass ich in andere Divisionen wechseln möchte und mich auch dort probieren möchte. Wenn man ein neues Ziel hat, ist das eine neue Motivation. Das Weltergewicht wird eines Tages kommen. Ich werde Dana anrufen und sagen, hey Dana, denk dran, wenn du jemanden im Weltergewicht für den Titelkampf brauchst, ich bin auf jeden Fall bereit. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Fans das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden in naher Zukunft sehen wollen werden, unabhängig von den nächsten Ergebnissen. Vor seinem Kampf gegen Uli Veda, als er den Titel gewann, hatte Makhachev die Idee komplett weggeschmissen und meinte, ey, es ist uninteressant, ich brauche es nicht. Jetzt sagt er hier ganz klar und deutlich zu diesem Kampf, dass er dafür offen wäre, bei 170 Pfund im Weltergewicht gegen Conor McGregor zu kämpfen. Damals sagte Islam aber in Bezug darauf, er kam zurück und hat nur getwittert, das war es. Sowas brauche ich nicht, er ist immer nur auf Twitter unterwegs, er soll lieber anfangen, ordentliche Leute zu kämpfen und dort Gas zu geben und wirklich Taten sprechen zu lassen, anstatt nur auf Twitter aktiv zu sein. Aber ich glaube nicht, dass er zurückkommen wird, sagte er damals. Jetzt ist es offiziell, der Kampf gegen Michael Chandler ist in Arbeit und ich bin gespannt, wann das Event stattfinden wird. Wenn McGregor gewinnen sollte, könnte Islam also in naher Zukunft, ey, wirklich gegen Conor McGregor kämpfen und zwar im Weltergewicht bei 77 Kilogramm. Wäre krass, schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, was seid ihr zu diesem ganzen Konstrukt. Die UFC wird hoffentlich dieses Jahr wieder spannend und interessant mit diesen krassen Fightern. Das wäre es mit dem Video, bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.